Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 22. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1087, heute mit Themen wie Serial One Mosh, Marvel Podcast Unlimited, Clips One Password, Microsoft Event und iRobot Brava Jet M6. Ich starte gleich mal mit dem ersten Thema und da handelt es sich um Harley Davidson. Ja, Harley Davidson hat nicht nur E-Bikes in Form von E-Motorrädern rausgebracht. Wer die Apple TV Serie Long Way Up noch nicht gesehen hat, dem kann ich das raten. Auch wenn man, wie ich, nicht unbedingt der grösste Fan von Motorrädern und so weiter ist, macht die Serie Spass beim Zuschauen. Die gewaltigen Bilder von den gewaltigen Aussichten etc. Das macht richtig Spass, das zu schauen. Die Typen sind mit E-Bikes, also eben E-Motorrädern, so rum, von Südpatagonien bis ganz hoch nach L.A. gefahren innerhalb von einer gewissen Zeit. Und es war eine gewisse Challenge. Also wie gesagt, ein sehr, sehr tolles Video, äh, Serie, meine ich. Und eben, Harley Davidson hat schon im letzten Jahr ein erstes E-Bike rausgehauen. Also sie haben ihr Sortiment erweitert in dem Sinne. Und jetzt kommt das zweite raus. Es hört auf den Namen Serial One Mosh oder Tribute und gibt es nur in ganz weniger Anzahl. Zum einen sind es irgendwie, glaube ich, 650 Exemplare und davon kommen nur knapp die Hälfte zu uns nach Europa. Wer zuschlagen möchte, 5999 US-Dollar sind es. Und ich finde es optisch, muss einem gefallen, wie auch immer, logischerweise. Aber ich finde es irgendwie noch gelungen. Ach, obwohl, umso länger, dass ich mir das anschaue, äh, doch, ich finde es gelungen. Es schaut mal ein bisschen anders aus. Ein bisschen was anderes. Gehen wir ein Thema weiter und das ist Apple Podcasts. Die haben jetzt einen neuen Kanal gestartet da drin, nämlich den Marvel Podcasts Unlimited. Das ist ein Angebot unter anderem von SiriusXM und Marvel Entertainment. Und da gibt es verschiedene Podcasts, äh, verschiedene Gefässe mit drin, die man sich anhören kann. Über die unterschiedlichsten Charaktere aus dem Marvel-Universum. Wolverine, Star-Lord, Hawkey, Black Widow und Dr. Doom etc. und so weiter und so fort. Und da werden verschiedene Gäste wie Rapper, wie Comedians etc. eingeladen, um eben über das Ganze zu sprechen. Und natürlich auch die eigenen Charaktere, die in dem, äh, ja, Marvel-Universum unterwegs sind. Da gibt es wöchentliche Folgen, da gibt es einzelne Folgen, Gespräche etc. Und da kommt auch kostenpflichtiges Material aus, dass man sich dann eben klicken kann mit einem gewissen Entgelt. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze anlaufen wird und ob Apple da irgendwelche Zahlen nennen wird und oder Marvel. Clips ist eine zu Unrecht nicht unbedingt allzu stark beachtete iOS-App. Vor allem junge Menschen, die gerne sowas mit TikTok und so lustigen Sachen machen und die eigentlich nicht unbedingt mit TikTok und so weiter unterwegs sein sollten. Gerade für die ist die App gut. Man kann mit wenig Aufnahmen kleine lustige Video-Episoden-Geschichten drehen. Jetzt gab es eine Anpassung, wie es immer gibt, wenn ein neues iOS kommt oder ein neues iPhone. Zum einen wird ProRes unterstützt, von wenn man ein iPhone Pro oder ein iPhone Pro Max hat, logischerweise. Und auch noch ein paar andere Anpassungen wurden gemacht an iOS 15, aber auch an eben die neuen iPhones. Wie zum Beispiel der neue Kino-Modus und solche Geschichten. Ich bin gespannt und werde es mal ein bisschen genauer anschauen. Im Jahre 2019 an der IFA hat uns AVM, also Achim und mir, die Fritzbox 6850 5G gezeigt. Eine coole eigene Box, mit der man über 5G ins Netz gehen kann. Mit einer guten Daten-SIM und Strom kann man sich da sein eigenes Netz aufbauen, ohne dass man ein Kabel oder DSL etc. Signal braucht. Nun ist das Gerät endlich in den Handel gekommen. Leider aktuell erst in Deutschland und leider nicht hier in der Schweiz. Was ich euch aber sagen kann, ich nutze das Teil seit über einem Dreivierteljahr. Ich habe ein Vorserienmodell von AVM zum ausführlichen Testen zugestellt bekommen und ich bin begeistert davon. Für einen kleinen Zugang ins Netz und solche Geschichten ist es wirklich sehr, sehr cool und praktisch, wie ich finde. Und eben halt mit 5G, niedriger Latenz und auch, wenn man den vollen Ausbau bei 5G hat, natürlich dann auch schönen Geschwindigkeiten. Das Einzige, was ich mir darin noch gewünscht hätte, wäre natürlich WiFi 6 gewesen. Aber eins nach dem anderen, würde ich doch sagen. Weiter geht es mit 1Password. Mit iOS 15 sind die Safari-Erweiterungen gekommen und somit hat 1Password auch gleich seine Extension rausgehauen. Für iOS 15 und fürs iPadOS 15. Ich bin bis jetzt immer gut zurechtbekommen, dass ich die Möglichkeit hatte, über den Browser unten drauf zu drücken. Und dann ging 1Password auf. Der einzige Vorteil, was die Extension hat, ist, dass man, wenn man neue Konten erstellt, das jetzt direkt im Browser regeln kann und nicht rüber wechseln muss in die 1Password-App. Es gibt aber auch Nachteile. So ein Vault wird für 15 Minuten geöffnet. Das ist der kleinste Zeitraum, den man wählen kann. Also bei Erweiterungen generell. Und somit bleibt dann der Vault auch für 15 Minuten offen. Wenn man dann das Gerät an der Hände gibt und so weiter, da sollte man in Zukunft darauf achten und oder auf zumindest diese Erweiterung verzichten. Weiter geht es mit einem Event-Hinweis. Heute Abend wird ja Microsoft seine neuesten Produkte vorstellen. Obwohl Produkte, man munkelt ja, dass es in Richtung Surface-Geräte geht. Deshalb sage ich die Produkte in Mehrzahl. Wir werden sehen, was alles kommen wird. Ich werde euch auf jeden Fall in der nächsten Episode ziemlich sicherlich ein bisschen was dazu zu berichten haben. Zu guter Letzt gibt es noch einen Hinweis auf den neuesten Testbericht im Pogipsi.ch-Blog. Ich habe euch endlich meinen Bericht zum iRobot Brava Jet M6, dem Wish-Roboter, fertig getippt. Den könnt ihr gerne lesen, wenn ihr in die Richtung interessiert seid. Kleiner Spoiler, ich möchte mich nicht mehr trennen von dem Teilchen. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Solltet ihr Fragen, Rückmeldungen etc. haben, meldet euch doch gerne. Ansonsten habt einen schönen und erfolgreichen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.